Zu meinen Seminaren kommen auch sehr viele ältere Menschen und ich höre immer wieder mal ein Spruch, es lohnt sich für mich nicht mehr, etwas Neues zu machen, mich zu verändern. Das ist nicht wahr. Jeden Tag unseres Lebens ist ein Geschenk und jeden Tag können wir etwas verändern. Denke daran, was würdest du machen, wenn heute der letzte Tag deines Lebens ist und du weißt nie, nie, wann es der letzte Moment deines Lebens ist. Stell dir vor, du stirbst und dann hast du Dinge, die du immer machen wolltest, nicht gemacht. Meine Botschaft hier ist, es ist nie zu spät, etwas zu tun. Es ist nie zu spät, größere Ziele anzustreben und diesen Weg zu gehen. Viel, viel schlimmer ist Stagnation, Rückzug und Degeneration. Degeneration von deinem Körper, von deiner Seele, von deinem Geist. Wenn der Mensch dann aufgibt und sitzt und jeden Tag nur Fernsehen guckt oder sonstige Geschichten macht, im Internet surft. Wichtig ist, dass du jeden Tag bereit bist, dich zu entwickeln. Nur Entwicklung hält uns am Leben, hält uns jung, gesund und auch vital. Wir Menschen können locker 144 Jahre leben, 150, 160. Das liegt in unserer Biologie. Aber warum erreichen wir das Alter nicht? Weil wir zu früh sterben, innerlich sterben. Das heißt, wir hören auf, uns zu entwickeln. Wir hören auf, unsere Träume nachzujagen. Und wie ein guter Freund von mir letztens gesagt hat, viele Menschen sterben mit 30, aber mit 80 werden erst begraben. Nimm dein Leben in der Hand. Das ist dein Leben. Unten siehst du Zusatzinformationen und hat dir das Video gefallen? Stelle ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank.